Und weiter geht's mit der Funpark-Mini-Kampagne mit Mission 2. Mal gucken, was uns da erwartet. Bin mal gespannt, auch wie lange die geht. Wie gesagt, ich hab mich überhaupt nicht gespoilert, was diese Kampagne angeht. Das kann also alles noch passieren. Äh, übrigens, wir fährt grad ein. Ich glaub, wir sind von der Spielgeschwindigkeit höher, oder? Ja, boah, schnell geht noch. Äh, vier Kommandos. Das Problem ist, die Dinos zählen ja als Fahrzeuge, ne? Ich glaub, das wird ziemlich schwierig. Kein Problem. Abwärts. Kein Problem. Kein Problem. Wie wär's mit etwas rock'n'roh? Kein Problem. Ja, wird erledigt. Freche auf. Freche. Äh, Moment mal. Ich hab zu 20% schon die Karte aufgedeckt, dieses Fitzelchen. Da ist die Karte nicht grad groß, oder? In Ordnung. Wie wär's mit etwas rock'n'roh? Ach, wir sind schon dabei. Ich muss mal checken. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Schon dabei. Schon dabei. Ah, okay. Ja, tatsache, ich mach nur Schaden, als wär's Fahrzeug, gell? Aber... Aber... Ola! Äh... Schied. Ich mein, schön, dass ich jetzt... Ich nehm mir mal an, dass die... Dinosaurier keine Luftabwehr haben, Fragezeichen. Ansonsten... Wird gebaut. Ein Schütte zum Erkunden. Jawohl, recher auf. Fertig. Jawohl, zahm. Recher auf. Will ich hier landen? Jawohl, recher auf. Ich will ne... Einheit verloren. Pfff... Okay. Das ist es mir wert, nochmal zu laden. Also jetzt gleich sofort alles zu verlieren, ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen haarig. Zumindest die paar Kommandos hätte ich gerne noch. Dann lass ich das mal mit dem Laufen und rüberlaufen, weil das scheint mir eine Todesfalle zu sein. Dann würde ich lieber mal hergehen und schauen, was wir da unten erreichen. Diverium. Und ein Bäumchen, das vielleicht sogar zum Diveriumbaum werden kann. Ist an sich ne wunderschöne... Ich könnte sogar ein BMT holen. In der BMT ist perfekt eigentlich zum Aufdecken. Schieß mal bitte. Ach du liebe Zeit, mehr Schaden kommt da nicht mehr rum. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen hier viele Raketenschützen. Wie die in der Original-Grafik aussehen. Grabbel, 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 grabbel. Schon fast als wären das Robben. Obwohl, das ist eher was Insektenmäßiges. Ja, wie fixiert der auf den Infanteristen ist, ne? So, erwischt. Ja, der Baum ist zum Diveriumbaum geworden. Jetzt bräuchte man bloß noch irgendwie was zum Sammeln. Ach, ein T-Rex. Oh Mann. Jawohl, die im Gs von den Patschis sind, ne? In Ordnung. Recher auf. Okay, wie weit bin ich jetzt? Hä, warum waren das vorhin 20%? Das können ja niemals 20% der Karte gewesen sein, die aufgedeckt waren. Recher auf. Recher auf. Warum ist hier so viel Tiberium, ohne dass es irgendwas bringt? In Ordnung. Und was würde, um Gottes Willen, was würde das Tiberium mit Dinosauriern machen, wenn die dadurch mutieren würden? Himmel, ich will nicht, das kann ich vorstellen. Recher auf. Hier heißt es ja nichts anderes, ne? Ne, wir haben den Kontakt zu unserer Basis in diesem Gebiet verloren. Finden Sie die Basis, sichern Sie den Bereich. Eliminieren Sie alle Bedrohungen, auf die Sie stoßen. Upsi, ich dachte, das wären... Jawohl, da. Wer hat es hier abdessen? Oh, ist der schnell. Oh, ist der schnell. Oh, ist der schnell. Macht überhaupt großartig Schaden an Fahrzeugen? Ja! Um Gottes Willen! Was ist denn mit dem Viehverkehrt? Recher auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Okay, jetzt könnte ich aber mit den Kommandos hier landen. Jawohl, Sir! Recher auf! Moment mal. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit hier einfach hinten in der Basis landen können. Das ist ja nichts, was mich da aufhalten würde von, ne? Da ist die Lösung so einfach und ich denke, wir haben viel zu viele Ecken. Das ist alles klar. Ja, schauen wir mal. Die Mission hier passt eigentlich... Äh, die Musik, die wir haben, passt eigentlich perfekt für die Verbandmission. Ich weiß nicht, die hat irgendwie das Perfekte für... für dieses Prähistorische. Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Schon dabei! Wird erledigt! Na gut, woanders hin komme ich jetzt eh nur noch mit Transporthelikoptern. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Und das ist ein leichtes Problem. Jawohl, Sir! In Ordnung. Bestätigt. Hm. Hm. Jawohl, Sir! Hä? Ja, den Kommandos zu erkunden, das würde alles viel schneller aufdecken, klar. Jawohl, Sir! Aber ich habe so das Gefühl, dass vielleicht gleich wieder ein Velociraptor angerannt kommt und dann heißt das Bye-Bye. Recher auf! Jawohl, Sir! Ist der T-Rex nicht noch nicht ganz. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Sir! Breche auf! Sofort, Sir! Ich bin klar, schon dabei! Freiheit verloren. Also die Viecher sind heftig. Ja. Ich frage mich ja, Jawohl, Sir! Ob die von den Kommandos gewone-shottet werden können oder nicht. Kein Problem! Ich meine, die nehmen nicht sehr viel Schaden durch im Gehfeuer. Ich glaube nicht, dass die Kommandos die one-shotten können. In Ordnung! Probieren wir es mal. Wenn wir einen Kommando verlieren, haben wir eben einen verloren. In Ordnung! Die fährt mit auf das Rücken rollen! Schon dabei! Nee! Er ist kein Problem! Längst nicht. Schon dabei! Kein Problem! Aber zum Glück können wir ziemlich weit aufdecken. Schon dabei! Kein Problem! Schon dabei! Wird erledigt! Wird erledigt! Schon dabei! Jawohl, Sir! In Ordnung! Ja! Wird erledigt! Schon dabei! Abwärts, Kumpel! Kein Problem! Wird erledigt! Schon dabei! Dacca, 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 dacca. Jawohl, Sir! Wie lange die Helis auch schießen können, ist das Wahnsinn. Hä? Wird erledigt! Komm, den Rest schaffst du! Kommando Power! Ja, kein Problem! Schon dabei! Okay, du hast gar nichts von hinten. Alles klar. Schon dabei! Schon dabei! Laser Veloziraptoren! Kein Problem! Schon dabei! Jawohl, Sir! Ja, Sir! Kein Problem! Hm. Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Kumpel Dinosaurier! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Recher auf! In Ordnung! Leute, lasst ihr mal bitte raus! Bestätigt! In Ordnung! Mit etwas Rückenhörer! Kein Problem! Schon dabei! Schon dabei! Wird erledigt! Kein Problem! Schon dabei! Schon dabei! Schon dabei! Wird erledigt! Kein Problem! Dass selbst die kleinen Viecher Fahrzeugpanzerung haben, vor allem wenn sie so schnell sind. Die müssten zumindest eigentlich wenigstens wie Infanterie zählen, aber nee. Ach, die haben quasi Fahrzeugpanzerung. Schon dabei! Das ist nicht nett. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Das heißt Orcas, wenn die eigentlich unglaublich praktisch machen. Bestätigt! Bestätigt! Er ist schon dabei! Schon dabei! Was ist das? Kein Problem! Schon dabei! Ach, da unten, na toll, da versteckt sich ein T-Rex. Gut, ich meine, den können wir jetzt auf ewige Zeit hier, da... Ich meine, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das schnell zu machen. Hm, sie müsste aber so umtänzen. Er kann schon mal vorbereiten. Ich meine, ich kann sie auch schießen. Wer ist schon dabei? Hä? Wer ist erledigt? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Piu! Piu! Jawohl, Sir! Schon dabei! Brecht auf! Hä? Schon dabei! So geht eigentlich auch ganz gut runter. Bestätigt! Brecht auf! Das hört sich mal an, das würde ich sich die Nase zuhalten. Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Kein Problem! Kein Problem! Kein Problem! Kein Problem! Schade! Gut, Mut verpflege ich die einfach hier hoch. Ich dachte, ich kann jetzt da drüber schießen. Wie wär's mit etwas Wartenrohr? Schon dabei! Kein Problem! Weck Snipern! Stell dir mal vor, die schießen die ganze Zeit auf den Kopf rum. Hä? Kein Problem! Helikopter dazu! Vordere schwere Artillerie-Unterstützung. Ah, na, jetzt! Einsatzziel erreicht. Ja, das ging ja an sich eigentlich auch, ne? Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war die zweite Mission und wir sehen uns das nächste Mal bei der dritten Funparkmission. Ich bin ja, das ist ja auch gut. Und ich bin ja, das ist ja auch Вы, ouais, das war jeden problems. Vielen Dank.